Hi zusammen, heute soll es kurz um den Klassiker unter den österreichischen Weißwein gehen, nämlich um den grünen Weltliner, in dem Fall vom Weingut Müller aus dem Kremstteil in Österreich. Der Wein stammt vom Gottweiger Berg, vom Löschlemboden. Wenn man mal rein riecht, hat man so klassische Aromastoffe von grünen Weltliner, so ein bisschen weißen Pfeffer, aber auch Zitrusaromatik. Geschmack ist der Wein dann schon deutlich von Mineralität und frischer Säure geprägt und passt dadurch eben perfekt zu österreichischen Klassikern, wie zum Beispiel Wiener Schnitzel. Aber man kann den durchaus auch kombinieren mit so feinen asiatischen Gerichten, was dann die Säure doch nochmal schön unterstreichen würde. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal.